Erster Geburtstag, so ausgefallen Ere Websters Party Kylie Jenner, 25, schmeißt ihrem Spross eine riesige Geburtstagsparty. Am 2. Februar feierte Ere Webster, 1, seinen ersten Geburtstag. Zum Ehrentag ihres Sohnes hatte die Unternehmerin schon mit einem süßen Video auf Social Media gratuliert. Doch den Tag nutzte sie auch, um sich eine ausgefallene Party-Dekoration und ein besonderes Motto auszudenken. Kylie verwandelte ihr Haus zu Iris' Geburtstag in ein riesiges Rennfahrer-Paradies. In ihrer Instagram-Story teilte Kylie ein paar Eindrücke von der Geburtstagsparty für Ehre. Neben einer ganzen Menge bunter Ballons, von denen einige die Form von Rennautos haben, organisierte sie ein großes Bällebad und Mini-Rennautos für den Einjährigen. Dazu gab es auch eine Tourte in Form eines Autos. Am ausgefallensten scheint aber der riesige aufblasbare Kopf, eine Nachbildung von Iris' Kopf, durch dessen Mund man auf einer Straße hindurch gehen kann. Da Kylie's Tochter Stormi, 5, nur einen Tag vor ihrem Bruder Geburtstag hat, war auch schon zuvor groß gefeiert worden. Auch hier hatte es einen riesigen aufblasbaren Kopf gegeben, das Antlitz der 5-Jährigen hatte auf einer bunten Regenbogenrutsche getrohnt. Dazu hatte ihre Mama noch T-Shirt und Pullover gestaltet, auf denen die Namen der Geschwister zu lesen sind. Und auch den Tunnel mit Stormiskopf hatte es hier gegeben.